So, schönen guten Morgen, letzter Handelstag der Woche. Sind wir froh, dass es auch den letzten Handelstag der Woche überhaupt gibt. Gestern ein Tag zum Vergessen. Es waren die heftigsten Kursverluste, die wir seit 1987 an den US-Börsen gesehen haben. Das übersteigt selbst meinen Zeithorizont und ich bin ja auch schon ein paar Tage dabei. Und schauen wir mal, wie es heute Morgen in Frankfurt weitergeht. Dir einen schönen guten Morgen. Nicht dein Ernst, dass das die Überleitung ist zu mir. Okay, ich bin gespannt. Wie sieht es aus? Okay, ja, wie sieht es aus? Kommen wir zum Markt. Puh, 12,2 Prozent gestern das Minus beim Deutschen Leitindex. 9.161, der Schlussstand hier, zweitgrößter Tagesverlust prozentual gesehen in der mehr als 30-jährigen Geschichte des Deutschen Leitindex. Das ging kräftig nach unten. Und eben beim Dow Jones 10 Prozent das Minus. Das zweite Mal innerhalb der Woche wurde der Handel zwischenzeitlich, weil er eben so turbulent war, ausgesetzt und unterbrochen. Das sieht man eben auch nicht alle Tage. Und irgendwie scheint es so zu sein, dass eben mit diesem Einreiseverbot von Europäern in die USA diese Talfahrt, dieser Druck noch einmal massiv verschärft wurde, weil man eben einmal mehr sich die wirtschaftlichen Folgen überhaupt nicht ausmalen kann und vielleicht auch gar nicht ausmalen möchte. Die EZB, sie hat ein Maßnahmenpaket geschnürt. Die Beruhigungspille war es nicht für die Märkte. Geschluckt hat man sie hier also erst einmal nicht und hat eigentlich den Ball zurück zur Politik gespielt. Die hält sich aber mit ganz klaren Vorschriften erst einmal zurück. Ja, die Konjunktur wird gestützt, aber viel mehr kommt da eben aktuell noch nicht, außer dass jedes Land irgendwie ja selber entscheiden darf, wie es weitergeht. Und somit ist wahnsinnig viel Verunsicherung in den Märkten und der Panikmodus eben längst noch nicht wieder ausgeschaltet. An den asiatischen Märkten Nikkei Hangseng und Shanghai Composite einmal mehr im Minus. Der Nikkei mit einem Minus von 6,1 Prozent heute. Und beim DAX, um ehrlich zu sein, weiß man noch gar nicht so genau, wo die Reise heute hier hingeht. Wir hatten es ganz früh mal so, dass wir ihn einmal mehr 3 Prozent im Minus gesehen haben. Das heißt unter der 9000-Punkte-Marke. Zwischenzeitlich war der Early-DAX über 2 Prozent im Plus. Das heißt technische Gegenbewegung. Und jetzt pendelt man munter hin und her. Eins steht fest, technisch gesehen ist erst so ein bisschen Aufatmen ab der 9800-Punkte-Marke angesagt. Ansonsten ist da viel technische Gegenbewegung jetzt erst einmal drin. Aber weil Verunsicherung natürlich weiterhin im Markt ist, ist es auch natürlich möglich, dass es weiter nach unten geht. Tja, alles ist möglich momentan. Dir trotzdem ein schönes Wochenende, wenn es denn dann kommt. Und wir sehen uns nächsten Montag wieder so. Und wir schauen uns mal an, was gestern passiert ist. Also die Circuit Breaker, die haben wieder eingesetzt. Diese Panikmarken, die erreicht werden. Und dann wird der Handel vorübergehend mal ausgesetzt. Gestern, nachdem die EZB ihr Maßnahmenpaket angekündigt hatte, war ich im ersten Moment natürlich ein bisschen enttäuscht, weil ich gesagt hatte, ich hätte mir eine stärkere Aussage und ein stärkeres Signal natürlich, von Christine Lagarde und letztendlich ihren Kollegen gewünscht. Auf der anderen Seite muss man sagen, es wäre vermutlich, egal was sie gestern gesagt hätten, verpufft in diesem panikartigen Umfeld, das wir mittlerweile erreicht haben. Und das sicherlich nochmal einen neuen Extremwert erreicht hat mit dem, was Donald Trump dann angekündigt hatte. Also die Abschottung gegenüber Europa. Und von daher, ich denke, es war letztendlich ein Non-Event. In anderen Zeiten hätte es sich vermutlich anders ausgespielt, aber jetzt ist es nun mal so gewesen. Schauen wir mal an, was die Asiaten heute Morgen zustande bringen, sofern sie noch überhaupt was zustande bringen. Ja, tun sie. Das hält sich gerade in China doch deutlich zurück. Also die Chinesen sind schon einen Schritt weiter. Ich hatte mal gesagt, scheint da so diese Tendenz back to normal, ist es noch nicht, aber in die Richtung geht es schon. Erinnern Sie sich vielleicht an die Sendung von gestern Nachmittag. So, jetzt hier alles grün eingefärbt, mehr oder weniger alles grün eingefärbt. Da ganz unten wollen wir gar nicht hinschauen. Und jetzt schauen wir uns die Year-to-Date-Level mal an. Minus 25% im Dow, minus 23% im S&P. Und deutlich stärker noch die Abverkäufe an den europäischen Börsen. Also tief, tief, tief im Bären-Territorium. Und jetzt schauen wir uns mal ein wenig an, was diese Panik an den Börsen, es ist eine Panik an den Börsen. Ja, auch wenn sie natürlich größtenteils die Verkäufe jetzt eben auch von den Computern letztendlich verursacht werden, die irgendwelche Triggermarken sehen und dann einfach reinschütten in den Markt. Wollte man sowas übrigens verhindern, das hat man ja schon 2008, 2009 gesehen, dann müsste man vielleicht strukturell etwas verändern. Aber ich glaube nicht, dass hier die Bereitschaft dazu da ist, diese Technologien aus den vergangenen Jahrzehnten irgendwie zurückzufahren, um zu sagen, naja, vielleicht können wir es auf diese Art und Weise abmeldern. Also, der Bitcoin, ja, den hat es jetzt auch so richtig mal zerlegt. Auf 4000 Dollar sind wir da runtergefallen. Das ist ein starkes Pendeln. Sie sehen hier unten diese letzte Kerze. Das sind, ich denke, so um die 1800 Dollar, die wir da sehen. Also je nachdem, wo wir uns gerade befinden, das sind ja Tageskerzen, das dürfen Sie ja nicht vergessen, zeigt sich auch hier die Schwankung enorm. Und man hat ja prinzipiell immer irgendwie so ein bisschen das Gefühl, aha, könnte vielleicht eine weitere Währung werden, die irgendwann in den Alltag auch Einzug hält. Aber auch hier mittlerweile wirklich völlig vom Panik ergriffen und raus, was irgendwie rausgeht. Soll uns momentan jetzt nicht kümmern. Interessanter für uns sind ja gerade jetzt die US-Märkte. Und Sie sehen die Schwankungsbreite hier, die wir sehen, von 21,05 dann knapp auf 23 und dann doch wieder nach unten gelaufen. Zeigt nur, wie irrsinnig volatil jetzt die ganze Geschichte abgefahren wird. 28,92 und hier starten wir schon wieder letztendlich bei einem Niveau von 21.500 Punkten. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal im Dreijahreschart an. Und da sehen wir, historisch gesehen, nimmt das langsam Dimensionen an. Ich hatte gerade gesagt, das übersteigt auch das, was ich bisher an den Börsen gesehen hatte. Ich habe auch schon kräftige Einbrüche gesehen. Aber so etwas in diesem Zeitraum vor allen Dingen ist noch nicht dabei gewesen. Also knapp 30 Prozent innerhalb dieser kurzen Zeit. Das ist auch für mich völlig neu. Jetzt schauen wir uns ganz kurz mal an, was diese Panik letztendlich für den S&P 500, also das sind die 500 Indexmitglieder, was das gestern bedeutet hat. Das ist jetzt nur diese eine Tagesbewegung. Wir sehen da unten hat es die Betreiber von Kreuzfahrtschiffen letztendlich ganz heftig erwischt. Carnival hat gestern gesagt, dass Princess sämtliche Reisen für zwei Monate ab Mitte März einstellen wird. Sie werden also letztendlich das operative Geschäft pausieren lassen für zwei Monate in der Hoffnung, dass auf der einen Seite die Zuversicht, also letztendlich das Vertrauen auch der Gäste, dann natürlich zurückkommt. Momentan würde ohnehin kaum jemand eine Kreuzfahrt noch antreten unter den gegebenen Bedingungen. Und man will natürlich auch die Investoren ein wenig beruhigen und sagen, okay, wir lassen das jetzt sein. Proaktiv, wir haben die Kontrolle, hat gestern natürlich überhaupt nichts gebracht. Also Karneval gestern mit 31%, dann Royal Caribbean 31%, Norwegian 35% ging es nach unten. Wir stehen vor allen Dingen, was diesen Teil betrifft, vor einer Konsolidierung, denn irgendwann wird es natürlich das ein oder andere Unternehmen in Schieflage drücken und dann wird der Markt vermutlich bereinigt werden. Es wird also hier durchaus längerfristig gesehen dann auch zu Fusionen kommen. Es wird natürlich auch zu Pleiten kommen. Das bleibt in diesem Umfeld ganz einfach nicht aus. Und dann arbeiten wir uns nach oben und wir sehen, es gab genau einen einzigen Gewinner mit Occidental Petroleum, 0,7%. Und Seagate muss man ja schon fast sagen, relative Stärkemonster. Hier der Festplattenhersteller Servo Fischer, die gerade in der Übernahme für Kia Gehen stecken. Das war ebenfalls noch so ein Hort, so ein Zufluchtsort. Aber ansonsten ging es kräftig nach unten. United Airlines, natürlich die ganzen Airlines gestern massiv unter Druck gewesen. Wenn die ganzen Flüge ausfallen, dann auch nach Europa. Das sind die lukrativen Strecken. Dann muss das irgendwie geschultert werden. Und dann sind diese ganzen Airlines natürlich ebenfalls mit dabei. Karneval habe ich nochmal mit dabei. Das sind jetzt 70% innerhalb von, naja, seit Ende Januar 70% nach unten gegangen. Kaum Erholungsbewegungen. Und das ist nackte Angst. Das ist nackte Panik, was wir gerade sehen. Apple jetzt der Aufsetzer auf die 200-Tage-Linie. Da kann man sich selber sein Bild natürlich draus machen, ob das hier halten wird. Das wird am Ende davon abhängen. Freitags war ja eigentlich immer die Risking angesagt in den vergangenen Wochen, damit man die schlechten Nachrichten am Wochenende nicht unbedingt im Depot zu spüren bekommt. Ob dieses Muster beibehalten wird, muss man ganz einfach abwarten. Denn auf der anderen Seite waren die Verluste in der vergangenen Woche so schwer gewesen, dass vielleicht der eine oder andere auch sagt, ne Apple, 80, 90 Dollar unter dem Hoch. Naja, da greife ich jetzt dann trotzdem mal zu. Tesla natürlich ebenfalls massiv unter Druck. Auch hier wird weiter Luft rausgelassen. Da der Weg allerdings noch ein wenig weiter. Vor ein paar Wochen, das ist ganz interessant, hatte ich mit einem Redaktionskollegen mal darüber geflachst, wie weit es denn innerhalb einer Korrektur bei Tesla nach unten gehen konnte. Wir waren kurz davor, eine Wette abzuschließen, haben uns dann, das habe ich mir gespart, weil ich dachte, nee, vermutlich wird das alles nicht funktionieren. Naja. Hätte ich es mal gemacht. Also diese 380, das dürfte in etwa das Niveau der 200-Tage-Linie sein, nicht ausgeschlossen, dass wir das tatsächlich noch erreichen. Netflix erwischt es jetzt auch, keine Frage. Die haben sich relativ lange stabil gehalten. Die Idee war natürlich Coronavirus und dann mehr Abonnenten, weil mehr Fernsehen geschaut wird und mehr gebinget wird, also Binge-Watching betrieben wird. Aber jetzt hat es die eben auch erwischt. Und die könnten natürlich tatsächlich ein Problem bekommen, wenn es um die Refinanzierung der operativen Geschäfte geht. Die müssen Content schaffen. Das ist sehr, sehr teuer. Das machen sie momentan über den Anleihemarkt mit relativ hohen Zinsen, werden diese Anleihen den Anlegern letztendlich schmackhaft gemacht. Und sollte es hier zu Verwerfungen kommen, und das ist durchaus jetzt nicht mehr ausgeschlossen, dann würde Netflix natürlich ein Problem bei der Refinanzierung seiner Geschäfte bekommen. Müsste auf jeden Fall mal diese Ausgaben zurückfahren. Und das würde sich natürlich wieder auf den Content auswirken und auf die Marktanteile. Procter & Gamble, nur um Ihnen jetzt das Ausmaß dann auch mal klar zu verdeutlichen, ich meine, Sie werden es gesehen haben, dass das momentan nichts mehr mit Börsen, mit Investitionen zu tun hat, ist doch überhaupt gar keine Frage. Aber Procter & Gamble, so dieser Hort, wenn man überhaupt, das ist wie die Tagesschau für Nachrichten. Procter & Gamble, das ist ein solider Wert, ein sicherer Wert, Alltagsgegenstände, Pampers, etc. pp. Und selbst die hat es gestern jetzt um 10% nach unten gerissen. Jetzt sind sie mittlerweile auf dem Niveau von Juni 2018 sogar noch, 2019 sogar noch ein Stück drunter angekommen. Schauen wir uns die DAX-Mitglieder an. Auch hier dürfen Sie sich gerne selber ein Bild machen, ob das noch normal ist. Nein, das ist nämlich nicht mehr normal. Und wenn eine Daimler 20% verliert, eine Deutsche Bank. In einer ersten Reaktion übrigens natürlich auf die EZB-Ankündigung, die Zinsen nicht weiter senken zu wollen, das war ein kurzer Zucker nach oben und dann wurde es direkt wieder abverkauft. Eine weitere Zinssenkung hätte natürlich für die Banken weitere Schmerzen bedeutet. Aber Sie sehen, das hat am Ende überhaupt gar keine Rolle gespielt. Wirecard minus 18%. Das kann man jetzt so hoch verfolgen. Der beste Wert Linde mit minus 6%. Schauen wir uns TUI an. Da gibt es tatsächlich Nachrichten. Sie haben die Zahlungen ausgesetzt und Sie haben vor allen Dingen einige Hotelverträge ausgesetzt. Und Sie versuchen jetzt irgendwie in diesem Umfeld zu erörtern, ob nicht höhere Gewaltklauseln letztendlich zum Tragen kommen. Das wäre natürlich für die Ausgabenseite von TUI sicherlich gut. Die Aktie zuletzt so massiv unter Druck, dass wir einen Mehrjahrestief gesehen haben. Bei der 4,50. Das Tief ist es übrigens noch nicht. Da müssen Sie 2008, 2009 mal zurückgehen. Da sehen Sie die Aktie tatsächlich noch Luft nach unten bis unter die Marke von 4 Euro. Also damit man denn etwa eine Vorstellung hat, wo es hingehen könnte, muss es nicht, aber könnte es momentan und der Konzern momentan bestrebt, den Schaden irgendwie einzugrenzen. Deutsche Lufthansa ganz klar. Jetzt fliegen auch noch die transatlantischen Flüge aus dem Programm. Das ist natürlich, dass die Airline natürlich einer der größten Leidtragenden und deshalb geht es auch hier erstmal weiter nach unten. Technische Gegenbewegungen natürlich sind jederzeit möglich, aber darum geht es momentan nicht. Ob Sie dann nach oben 15, 15, 20 Prozent sehen, das ist gar nicht mehr so sehr die Frage. Es ist die Frage, wann im Bewusstsein der Anleger wieder so etwas, nicht Optimismus, das will ich nicht sagen, aber vorsichtige Zuversicht einkehrt, dass man sagt, okay, hier könnten wir eine Basis erreicht haben, von der es dann weiter nach oben geht oder zumindest nicht weiter nach unten geht. Und das kann natürlich einige Wochen dauern, denn das, was wir in den vergangenen Tagen gesehen haben, das ist natürlich schon so ausufern und drückt derartig auf die Stimmung am Markt, dass man da ganz einfach nicht von heute auf morgen dann in den Normalzustand wieder wechseln kann. Also Deutsche Bank, klar, neues Rekordtief bei 5 Euro, Commerzbank, ganz interessant, ich war gestern Abend bei einem Freund, der ist knapp über 70, der ist langjähriger Commerzbankkunde, also der ist durchaus, also und Aktionär, der ist also durchaus Schmerzen gewohnt, was diese Aktie betrifft und er war trotzdem relativ gelassen und sagte, die meisten Dinge konnte man einfach in der Vergangenheit aussitzen, erwartet nur auf den richtigen Zeitpunkt und würde dann verbilligen. Also auch hier natürlich neue Rekordtiefs. Sie sehen, wir brauchen uns momentan nicht über Fundamentaldaten zu unterhalten, nicht einmal deshalb, weil es keine Rolle spielt, sondern auch natürlich, weil die jetzt überhaupt gar keinen Bestand mehr haben. In den kommenden Wochen und Monaten werden die Analysten damit beginnen, ihre Gewinnschätzungen natürlich für das laufende Jahr massiv nach unten zu korrigieren, in den meisten Fällen massiv nach unten zu korrigieren. Das heißt, das, woran man sich momentan vielleicht noch so ein bisschen orientieren könnte, diese ganzen Bewertungskennziffern sind obsolet. Schauen wir mal, was der heutige Tag bringt und dann natürlich, was die Amerikaner am Nachmittag so veranstalten werden. Ansonsten halten Sie die Ohren steif. Bis dahin. Tschüss. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.